UNGEFFÄR 10 JAHRE BEVOR ICH DAS HOUS GECAUFT HABE HAT ES EEN ENTSETZLICHEN RAUBÜBERFALL GEGEDEN NE WOCHE SPÄTER FUHR ICH NOCHMAL HIN IRGENWAS STIMMT HIER NICHT Ich hatte EEN UMZUGSKARTON VERGESSEN UND DER GESAMTE KORRIDOR WERE WEG Ein halbes Dutzend Bruchbuden wurden gekauft und wieder veräußert und das hat vor über 50 Jahren angefangen und vor jedem dieser Käufe wurde im Haus ein brutales Verbrechen verübt Welcher Freak kauft ein Haus und lässt ein ganzes Zimmer rausreißen? Ihr lag bei den Kaufverträgen Jebediah Crone Die Story ist viel zu persönlich für dich Ich habe mich erschreckt Diese Wirkung habe ich auf Menschen Nach ihnen Vielleicht kennen sie sogar die Person die ich suche Jebediah Crone Gebt ihr euer Leben für mich Entreißt Wiesemann das Leben damit es euch zu diensten wird Seit dieser Opferzeremonie konnte der Mann wieder gehen Oh Scheiße Crone kam direkt aus der Hölle Und was er mitbrachte war seine teuflische Macht Julia Ihr habt ja keine Ahnung was er den Leuten versprochen hat Sie haben sie mir genommen Für ihre Familie würden sie in die Hölle gehen Ich dagegen erbaue eine für Die meine Ich glaube, die sie in die Hölle gehen Ich bin scheiße Die 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 Untertitelung des ZDF, 2020